Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu einer Runde Besiegel war das dann schau mal jetzt mal Ok da steht Steel End Believer to Allem da sind wahrscheinlich diese Kugeln dann bauen wir wieder das Grundgestell wie jedes Mal Guck mal machen wir mal ein bisschen anders das gleiche ist ja auch langweilig sooo sooo Guck mal machen wir jetzt auch mal innen weg rein jetzt mal zwei außen gab jetzt machen wir auch noch hin ja schick ok wie können wir die Kugel da oben nachher runter das war ja auch viel runter schützen dann würde ich mal was sagen und ob das so ist und ja ja auch mal wieder voll und so eine spitze ran obwohl die spitze brauchen wir ja gar nicht ich glaube einer reicht auch gar nicht wir müssen noch einen drauf setzen sooo ach die Reifen noch einstellen genau das war links rechts rechts und das waren rechts rechts das waren wir bei 100 So, das war die eine Kugel. So, wieder oben noch. Mist. Ich glaube, da brauche ich noch eine größere Nase. Ich habe so eine kleine. Ich kann ja nichts mal voransetzen. Das kann doch nicht wahr sein. Zwei einzelne Gehle. Oh, das müsste rollen. Pinocchio. Yeah. Der ist gefeiht runter. Ah. Und jetzt spielen wir Fußball und Schuftoren. Wechsel so nehmen. Das da oben? Wie soll ich das da wegbringen? Das geht ja mal gar nicht. Einzelne kann ich heransetzen, aber keine langen. Ich brauche bestimmt gleich mit dem Gewicht, sonst fällt er nach vorne. Oder? Genau. Okay. Dann bauen wir hier was hoch. Dann bauen wir hier noch. Dann bauen wir hier noch. Ich muss das da oben zerstören. Ich denke aber auch mal, dass die Höhe noch nicht mal reichen. Ich komme natürlich nur bis da hin. Okay. Höher geht es nicht. So. Hat hier Gummi. Und. Dann bauen wir das hier noch mal ein bisschen so. So, das ist ein stabiler. so und das ist das so fest aber auch könnte fest sein weil sieht das so aus ich drücke mal auf start jetzt ist nicht feste gut dann kommt das weg das weg und wir machen einmal hier durch die nase steht das ist ja fies da schießt ihr das ding dann brauchen wir ja Amor und ob das so schwer aber hier nach weiter bis hin noch am morgen bitte auch das nicht und blieb das niedlich sooo 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 soooo aber hier hinten ganz vorne ich hätte hier die Reifen schaffen das ist gar nicht was so schwer das hätte wirklich bestimmt so sein Naja, das sieht doch auch schon mal schick aus. Bisschen so leide. Okay, die Nase steht. Ach, ich bin jetzt weiter. Ich probiere nur mit WASD zu fahren. Okay, da braucht trotzdem noch mehr Gewicht nach unten. Da, da, da. Da geht auch noch was ran. Das ist doch jetzt genug Gewicht, oder? Sobald er mich trifft, falle ich in. Dann, geht nur noch eine andere Sache. Die Nase, die braucht. Auch. Ein Puss. Am besten mit Trader. Aber die ohne Lenkung. So. Na super. Nein. Also er hat gleich am Anfang auf die Räder geschossen. Das geht immer in gar nicht. Okay. Ach du, da brauche ich eigentlich keinen Schutz. Ach hey, klar. Kostet ja nicht. Das fucken gab. Nein. So. Dann noch was anderes. So. 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 Okay. Dooung. Ich ahm. Kann ich irgendwie ein Katapult bauen? Hän が mal an. Ein Katapult. Okay. wie baut man ein katapult das muss ein bisschen länger sein er braucht jeden fall eine schräge reifen brauche ich sie nicht gut schießen kann muss ich das ja auch von hinten treffen so und jetzt mechanik wissen das alles für mich an fliegen nein überbrauchen wir das kanone auf c schießen hey lol das war doch mal richtig easy das war nicht gehalten aber weiter was soll's so wir schauen uns die nächste runde mal an ich denke mal wir im krat und eine runde lang genug 40 prozent wenn ich da jetzt hier start drücke und was war das c ach ne klinge nichts ne gut ich glaube ich habe dann nur einen einzigen schuss mit der kanone ja nur einen einzigen schuss da muss man wenden eine bombe warte mal bombe gibt es auch hier ich glaube um ich glaube ich glaube um explodieren muss ich dann aber es hat geklappt dann sag ich mal wir machen da sowas ran und fahren ah, Mist ich dachte, die bleiben dran bleiben natürlich nicht dran links, rechts das war bei 100 rechts, links ok eieieiei jetzt fahren wir da voll umsatz rein er sollt noch runter fallen springt raus, ihr Bomben, ja, oder explodiert so ich brauche mehr Power hinten, die Reifen hm da so, jetzt aber oh bisschen schnell die legung schafft das gerade ist, aua ups dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich dreh dich weiter und jetzt da na gut hat nicht ganz so geklappt, wie ich dachte aber es sah ganz witzig aus wir werden mal die anderen Reste suchen oh da war jetzt das Stichert verteilt und die Bomben sind da explodiert nicht einer nur na gut ich hoffe euch hat die Runde gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal wieder dabei seid bis dahin viel Spaß und auf wiedersehen tschu tschu